Kann Nagelpilz wie ein Radiergummi ausgelöscht werden? Durch einige natürliche Lösungen und moderne Behandlungsmethoden kannst du dieses hartnäckige Problem hinter dir lassen. Nagelpilz kann durch sein Aussehen Unbehagen bereiten und dein soziales Leben negativ beeinflussen. Aber sei nicht traurig, denn heute werde ich dir Wege zeigen, wie du Nagelpilz schnell beseitigen kannst. Lass uns also gemeinsam anschauen, wie du dieses Problem erfolgreich lösen kannst. Von natürlichen Produkten wie Teebaumöl und Knoblauchsaft bis zu verschreibungspflichtigen Medikamenten gibt es viele wirksame Lösungen. Ich werde dir Schritt für Schritt zeigen, wie du diese Lösungen anwenden und worauf du achten musst. Lass uns zuerst verstehen, was Nagelpilz ist. Es handelt sich um eine Pilzinfektion, die unter dem Nagel wächst und dazu führt, dass der Nagel gelb wird, mit der Zeit dicker wird und sogar brechen kann. Obwohl sie meistens an den Zehennägeln auftritt, kann sie auch die Fingernägel beeinträchtigen. Diese Bedingung ist besonders unter Menschen verbreitet, die geschlossene und feuchte Schuhe tragen, einschließlich Sportler oder Personen, die intensiven körperlichen Aktivitäten nachgehen. Aber jeder ist diesem Risiko ausgesetzt, da Pilzspuren sehr verbreitet und ansteckend sind. Um deinen Körper schnell und effektiv von Giftstoffen und Parasiten zu reinigen, empfehlen wir dir, dir unsere kostenfreie Darmreinigung zu sichern. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung und ist für alle Zuschauer dieses Videos 100% kostenlos. Schau jetzt einfach in der Videobeschreibung und sichere dir unsere kostenfreie Darmkur. Es gibt mehrere Möglichkeiten, nagelpilzlos zu werden und eine davon ist die Behandlung mit natürlichen Methoden. Zum Beispiel hat Teebaumöl starke antifungale Eigenschaften und ist sehr wirksam im Kampf gegen die durch den Pilz verursachte Infektion. Du kannst Teebaumöl regelmäßig mit Hilfe eines Wattebausches auf deinen Nagel auftragen. Ein weiteres natürliches Heilmittel ist Knoblauchsaft. Knoblauch ist bekannt als natürliches Antibiotikum und sehr wirksam im Kampf gegen Pilze. Knoblauch zu zerdrücken, seinen Saft zu extrahieren und auf den Nagel aufzutragen, kann eine sehr nützliche Methode gegen dieses Problem sein. Zusätzlich können andere ätherische Öle wie Lavendelöl auch zur Bekämpfung von Nagelpilz verwendet werden. Lavendelöl bietet nicht nur einen angenehmen Duft, sondern verhindert durch seine antifungalen und antibakteriellen Eigenschaften auch die weitere Ausbreitung der Infektion. Diese Öle regelmäßig anzuwenden, kann den Heilungsprozess des Nagelpilzes beschleunigen und die Gesundheit deiner Nägel unterstützen. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Behandlung von Nagelpilz ist die Prävention. Deine Füße sauber und trocken zu halten, hilft das Auftreten von Pilzen zu verhindern. Nicht synthetische, atmungsaktive Schuhe zu tragen und deine Socken regelmäßig zu wechseln, kann das Wachstum von Pilzsporen verhindern. Außerdem ist es wichtig, in gemeinsam genutzten Bereichen, insbesondere in Schwimmbädern oder Fitnessstudios, Schutzschuhe zu tragen, um sich vor Pilzen zu schützen. Eine weitere Behandlungsmethode ist die Verwendung von Probiotika. Ja, Probiotika sind nicht nur gut für die Darmgesundheit, sondern können auch wirksam Pilzinfektionen wie Nagelpilz bekämpfen. Probiotika unterstützen die natürliche Mikrobiota des Körpers und verhindern die Vermehrung schädlicher Mikroorganismen. Dies kann besonders für wiederkehrende Nagelpilzinfektionen ein vielversprechender Ansatz sein. Regelmäßige Einnahme von Probiotik-Supplementen kann die allgemeine antifungale Widerstandsfähigkeit des Körpers erhöhen und so helfen, Pilzinfektionen zu verhindern. Zusammenfassend gibt es viele Optionen zur Behandlung von Nagelpilz. Natürliche Lösungen können deine Lebensqualität verbessern und dir helfen, dieses störende Gesundheitsproblem zu überwinden. Vergiss nicht, dass jede Methode ihre eigenen Vorteile und Anwendungsweisen hat. Wir haben viele verschiedene und wirksame Methoden zur Bekämpfung von Nagelpilz besprochen. Natürliche Behandlungen wie Teebaumöl und Knoblauchsaft bieten einen starken Weg, Pilzinfektionen zu kontrollieren und letztendlich zu eliminieren. Außerdem kann die Verwendung von Probiotik-Supplementen die natürliche Mikrobiota des Körpers unterstützen und gegen die durch den Pilz verursachten Probleme kämpfen. Jede Behandlungsmethode kann unterschiedliche Ergebnisse liefern. Daher ist es wichtig, dass du, egal welche Methode du wählst, den Prozess regelmäßig fortsetzt und die Anleitung eines Gesundheitsexperten befolgst. Geduldig zu sein und die Behandlung diszipliniert anzuwenden, spielt eine Schlüsselrolle, um dieses Problem zu überwinden. Mit diesen Strategien bewaffnet, kannst du den Nagelpilz der Vergangenheit angehören lassen und gesunde, schön aussehende Nägel erlangen. Gib dir diese Chance, denn gesunde Nägel können nicht nur dein allgemeines Wohlbefinden verbessern, sondern auch dein Selbstvertrauen stärken. Außerdem ist es enorm wichtig, seinen Darm regelmäßig von Giftstoffen zu reinigen. Dafür eignet sich hervorragend unsere kostenfreie Darmkur. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben, um mehr inspirierende und informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass uns in den Kommentaren wissen, welches Thema dich am meisten interessiert und wir werden unser Bestes geben, auch dazu ein Video zu machen. Lass uns in die Videobeschreibung. Lass uns in die Videobeschreibung. Lass uns in die Videobeschreibung. Vielen Dank.